Freunde, Aino hat zwei neue Sorten und die gucken wir uns heute direkt beide einmal an. Wir haben einmal den Smash, das ist ein Pfirsich-Blaubeere-Tabak und wir haben den Cearo, Zero, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber es ist ein Cola- und Birne-Tabak. Und Cola und Birne gab es ja schon ein paar Mal, dann eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und jetzt gibt es das wieder. Und ob der da gut ist, gucken wir uns jetzt an. Preis und Menge ist wie bei Aino Virginia typisch, 20 Gramm und 3 Euro. Die Aussage von Aino ist übrigens, Virginia wird seltener gemischt und 20 Gramm ist die beste Portion für die meisten Leute für einen Kopf. Also sagen sie, bei Virginia, da machen wir 20 Gramm, dann hast du hier genau ein Köpfchen für 3 Euro. Ist fair. Ich persönlich mische aber meistens, vor allem bei Virginia, weil für mich noch ein Darkblender zu muss. Aber heute gucken wir uns die beiden Sorten natürlich einmal pur an. Wir werden uns zwei Low-Loads anmachen, zweimal Funnel, finde ich deutlich geiler für einen Virginia-Tabak. Und wir werden uns natürlich einmal den Smash bauen und einmal den Cearo, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, wie man den ausspricht. Mit Blaubeere machen wir in den blauen Kopf. Das ist also der Smash. Den bauen und rauchen wir auch jetzt als erstes. So, machen wir mal auf. Ich muss ja sagen, ich bin nicht der größte Blaubeeren-Fan, aber ich habe schon ein paar Prototypen von dem geraucht. Und die Prototypen waren auf jeden Fall auch schon mal nice. Das heißt, ich hoffe, der ist genauso geblieben. Schnitt und Feuchtigkeit. Ja, gewohnt Aino-mäßig. Relativ mittel bis fein, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr angenehm. Egal, ob man das jetzt im Funnel, im Meerloch oder auch in einem Kamin-Setter brauchen würde. Feuchtigkeit hat er genug, aber wir haben jetzt irgendwie keine überschüssige Molasse-Pfütze auf dem Boden von der Dose. Das passt da auf jeden Fall schon mal. Dann bauen wir uns mal ein Köpfchen. Wir machen hier einmal an. Wir sollten, denke ich, so roundabout 15 Gramm im Low-Load brauchen. Schauen wir mal. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich will ja auch einen Overpack. Also die Noten, die mir jetzt schon entgegenkommen, sind auf jeden Fall sehr Peach-dominant. Und es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Peach-Eistee und einer pelzigen, natürlichen Pfirsich-Note. Ja, da geht aber tatsächlich relativ viel drauf. Ja gut, aber sollten ja auch nur noch. Ja gut, wir haben 15,2 und das sind noch 5 Gramm hier. Ja, kommt hin. Kommt hin. So, dann das Ganze noch ein kleines bisschen verteilen. Ohne das jetzt irgendwie besonders viel andrücken zu wollen oder so. Wir rauchen auf jeden Fall einen guten Vollkontakt-Setup. Das ist dann für mich das Mindeste bei einem Virginia. Muss ja auch was bringen. So, wir gucken, dass überall alles gleichmäßig ungefähr hoch ist. Gucken, dass kein Tabak direkt auf dem Rand liegt. Das heißt, alles vom Rand arbeiten wir noch in den Kopf rein. Und dann schauen wir einfach nur, dass das halbwegs gleichmäßig verteilt ist. Und den Rest macht dann eh der HMD, wenn er oben drauf kommt. So, und so schnell und einfach haben wir unser Köpfchen mit dem Smash. Gehen wir nochmal mit dem Zeber über den Rand, damit da die Molasse weg ist. So sieht der Kopfball aus. Leicht über den Rand gebaut bei mir. Da kommt jetzt noch ein On-Mode drauf. Und dann ist das Köpfchen ready. Kommen wir zur nächsten Sorte, dem Cearo. Schnittfeuchtigkeit sieht absolut identisch aus. Typisch Aino, absolut in Ordnung. Hier ist mal eine kleine Blattader oder so. Aber solange das nicht zu viele sind, juckt das eigentlich nicht großartig. Nächster Low-Load. 17 Gramm leichter als der andere. Und dann machen wir da genau gleich weiter beim Kopfbau. Locker fluffig auf die Gabel. Und dann in den Kopf streichen. Und die Cola-Note, die mir hier entgegenkommt, ist auf jeden Fall schon frech gut. Also da bin ich richtig gespannt. Cola-Birne. Damals legendärer Tabak gewesen. Dann gab es ihn einfach nicht mehr. Jetzt haben wir den Cola-Birne von Aino. Dann gucken wir mal, wie der so ist. So, da habe ich jetzt ein bisschen weniger Kontakt gebaut, I guess. Hier ist auch noch ein bisschen mehr im Döschen drinne. Und da selbes Spiel. Einmal um den Rand. Und da alles in den Kopf reinarbeiten. Auch in der Mitte am Funnel noch sollte nicht zu viel liegen. Ansonsten fetzt uns das Eino in die Bowl und dann bringt uns das nichts. So, dann verteilen wir das Ganze hier noch schön. So, Gabel sauber. Und dann sind beide Köpfchen fertig. Einmal der Smash und einmal der Cearo. So, die ersten Züge sind schon drinne von dem Smash. Ein Pfirsich- und Blaubeere-Flavor soll das Ganze sein. Und was mir bei den ersten Zügen eben direkt schon aufgefallen ist, Kühle ist da auf jeden Fall ordentlich am Start. Also, das wird, glaube ich, so eine richtig geile Sommernummer für mich. Ich glaube, Aino hatte die sogar auch auf Insta als die zwei neuen Sommersorten oder sowas angekündigt. Also, Rauchentwicklung läuft. Du hast direkt eine richtig geile Süße auf der Zunge, die erstmal einfach nur süß ist, ohne dass die jetzt irgendwie direkt so eine Blaubeere oder eine Peach-Note wird oder sowas. Du hast eine süße, aber auch eine geile Kühle mit am Start. Und dann, ich versuche zu überlegen und herauszufinden, was mehr kickt. Peach oder Blaubeere. Aber ich würde sagen, die sind relativ ausgeglichen. Also, die Peach-Note ist am Anfang ein bisschen krasser und dann kommt die Blaubeeren-Note ein bisschen krasser. Die Peach-Note ist wie im Geruch. Ich würde sagen, zu 70 Prozent so eine Eistee-Peach-Note und zu 30 Prozent so eine natürliche, leicht pelzige Peach-Note, die ja noch mit am Start ist. Kombi ist aber geil. Und für eine Peach-Eistee-Note sind die 70 Prozent aber nicht wirklich künstlich. Und dann hast du noch diese Blaubeere am Start. Dann hast du noch die geile Süße, die direkt auf der Zunge liegt. Aber auch die kühle, die, glaube ich, gerade für so einen fruchtigen Sommerflavor jetzt ziemlich geil ist. Also, der ist auf jeden Fall schon mal nice. Jetzt bin ich richtig gespannt, weil Birne-Cola lange vermisst, Digga. So, der Zero Cearo. Birne und Cola, Freunde. Ewig drauf gewartet, dass endlich mal wieder so eine Sorte auf den Markt kommt. Und ich habe ja nachdem Ocean schon den Cola rausgebracht, hat jetzt wirklich auch gehofft, dass der da rankommt. Und der kommt da ran. Und die Kombi Birne und Cola, auch wenn es das gar nicht als Getränk gibt und man sich, also sagen wir mal, das wäre die erste Birne-Cola auf dem Markt, ja. Dann wäre ich so, Bruder, Birne zu einer Cola, weiß ich nicht. Limette, Zitrone, vielleicht sogar Vanille. Alles schön und gut. Kennen wir von den Getränken, ist bestimmt geil. Also, dadurch, dass es schon mal einen anderen Birne-Cola-Tabak gab, hatte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Und die einzig wichtige Info, der enttäuscht nicht. Der ist geil. Die Cola scheppert richtig rein, ist geisteskrank süß. Dann so eine frische, leicht säuerliche Birne, die dann noch am Start ist, aber die Süße überwiegt auf jeden Fall, ist Killer. Von der Performance her läuft der Top. Genauso, wie man das von einem Eino gewohnt ist. Schön leicht, in Virginia eben. Und geschmacklich ist das geisteskrank geil. Also, die Kombination aus einer Birne und aus einer Kohle ist einfach godlike. Und jetzt haben wir die endlich wieder am Start. Nice. Also, zwei gute neue Sorten von Eino.